Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chemie echt fetzig. In diesem Video zeige ich dir das Finden von isomeren Verbindungen des Alkanols Propanol. Haben Moleküle die gleiche Summenformel, aber unterschiedliche Strukturformeln, so spricht man von isomeren Verbindungen. Die Moleküle haben also die gleiche Anzahl an Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoffatomen. Diese sind jedoch unterschiedlich verknüpft. Propanol hat die Summenformel C3H7OH. Der Wortstamm PROB steht für drei C-Atome im Molekül, die über Einfachbindungen miteinander verbunden sind. Die Endung OL gibt an, dass es eine Hydroxygruppe, also eine OH-Gruppe im Molekül gibt. Da ich selbst isomere Verbindungen finden möchte, hänge ich die einfach mal hier an. Das Element Kohlenstoff steht im Periodensystem der Elemente in der vierten Hauptgruppe. Für den Atombau bedeutet das, dass das Kohlenstoffatom vier Außenelektronen hat, hier dargestellt. Jedes Kohlenstoffatom in diesem Molekül muss mit so vielen Wasserstoffatomen verbunden werden, dass alle Außenelektronen des Kohlenstoffatoms gebunden sind. Das Kohlenstoffatom hier ist an ein C-Atom gebunden. Somit binden sich die übrigen drei Außenelektronen mit je einem Wasserstoffatom. Das mittige C-Atom ist jeweils mit zwei C-Atomen verbunden und dieses C-Atom jeweils mit einem C-Atom und mit einem Sauerstoffatom der Hydroxygruppe verbunden. Die hier und hier zwei noch übrigen Außenelektronen, jedes dieser C-Atome, werden deshalb jeweils insgesamt mit zwei Wasserstoffatomen verbunden. Nun geht es noch um die Benennung dieses Moleküls. Die längste Kette umfasst drei C-Atome, weshalb ich schon einmal Propan hinschreibe. Da die Hydroxygruppe am ersten Kohlenstoffatom hängt, ergänze ich 1-Ol. Das dargestellte Molekül heißt also Propan-1-Ol. Um eine isomere Verbindung darzustellen, hänge ich die OH-Gruppe an ein anderes C-Atom. Ich notiere also wieder drei C-Atome, die über Einfachbindungen verknüpft sind. Die OH-Gruppe hänge ich jetzt nicht wieder hier hin und auch nicht hier hin, sondern hier an das mittige C. Die Kohlenstoffatome fülle ich wieder mit Wasserstoffatomen auf. Dabei muss ich wieder darauf achten, dass jedes Kohlenstoffatom insgesamt vier Bindungen zu anderen Atomen eingeht. Das Molekül heißt nun Propan-2-Ol. Insgesamt kann ich in jedem Molekül die Anzahl der Kohlenstoff-, Wasserstoff- und Sauerstoffatome zusammenzählen und die Summenformel aufstellen. Stellvertretend mache ich das für das Molekül hier, nämlich für Propan-2-Ol. 1, 2, 3 C-Atome, die finde ich auch hier oben in der Summenformel. Drei Wasserstoffatome plus 1 sind 4 plus 3 sind 7, die finde ich auch hier. Und natürlich die OH-Gruppe als funktionelle Gruppe der Alkanole, die schreibe ich hier hin. Für diese vereinfachte Strukturformel finde ich also die Summenformel C3H7OH genauso auch hier oben. Zusammenfassend halte ich fest, dass ich für Propanol insgesamt zwei isomere Verbindungen abbilden kann. Diese isomeren Verbindungen haben die gleiche Summenformel, aber unterschiedliche Strukturformeln. Sei auch nächstes Mal wieder dabei, wenn es heißt Chemie echt fetzig.